Hallihah, meine Lieben! Und willkommen zu einem neuen Video. Bevor das Video losgeht, möchte ich euch fragen, ob ihr eine Woche täglich Videos wollt. Also ihr könnt jetzt oben rechts abstimmen, ob ihr sieben Tage lang jeden Tag ein Video wollt. Ja, dann mache ich das oder auch nicht. Ja, viel Spaß. Tschüss. Hey, geht's auch do it, geht's auch do it. Boah, ich hab einfach voll Bock jetzt Marie zu töten, Marie. Ich bin ja langsam voll. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ihr Traitor seid. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du schickst. Ich verstehe das, was ich jetzt sagen. Oh, Leute. Wer ist denn da wo die Geprü... Guck, guck. What the fuck? Wo, 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 ohne Wettbewerb kann man die Kruppern. Nickel. Nickel. Nein, ich will nur sein. Was macht ihr? Okay, kommen wir gehen. Daniel. Daniel. Lauf, Klampe, Lauf. Daniel ist ganz... Hat Michelle geschlagen. Wie, Alter, ich wreck dich. hab ich abgeschrieben. Jede schlecht bin hier unten. Okay. Daniel, was soll das? Oha. Mach du mal. Hi, Bitches. Hi. Hi, Bitch. Green? Okay, Daniel ist Traitor. Hi. Daniel, so, warte mal. Daniel, wir machen ein kleines Spiel, okay? Lass ihn mir ruhig. Nein, ich lass ihn ja... Ich hab ihn nicht mehr angegriffen. Verrückt mal deine Wache. Hey, lass mich in Ruhe. Er ist einfach schon wieder. Alter, Jo. Ja, Daniel. Komm, Nick. Wir gehen. Nein, du... Nicht! Nee, Alter. Michael, du springst jetzt mal mit runter. Jetzt law... Kann ich jetzt auch mein Traitor sein? Nein. Doch. Gar nic. Ich würd mal sagen, das nennt man Karma, ne? Doppeldattig, doppeldattig. Okay, warte, warte, wir töten ihn einfach und gucken, ob er Traitor ist. Ich bin der perfekte Detail. Guck mal, jetzt haben wir grad eingekauft, ernst. Okay, ich sag, Marie ist ne Fotze. Hä? Was? Scheiße. Okay, sie war innocence. Gut. Daniel, Daniel, Marcel, Daniel, Marcel. Daniel ist das. Daniel ist das. Daniel ist das. Ich bin, der ist Traitor. Detektiv. Hallo. Guck mal, der ist depressiv. Guck mal, der ist depressiv. Ich finde. Guck mal, der arme. Guck mal, der heult einfach. Ich hab nicht angedrückt. Nee, die Blase, ich muss quatschen. Du bist auch so ne Blase. Nicht? Wieso willst du nur Michelle triffen? Aua. Hast du Probleme mit dir? Nein, nein. Daniel. Daniel ist es. Daniel, der hat mich angegriffen. Ich hab einfach auf den Stein aufgeklärt. Das war unzähl. Daniel stand so am Rand, ne? Ich hab Daniel einmal so angehittet. Und er ist runtergeflohen. Hey, was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich hab sie gekillt. Ich bekam sie Karma. Ach so. Okay, das macht Sinn. Meine Güte. Wieso hast du mich abgeschossen, Daniel? Nein. Nicht nein. Wieso hast du mich abgeschossen? Nein. Darauf verlierst du auch. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Was? Hey, als ob du dich runtergefallen bist, GG. Hallo. Ich mag euch. Echt? Ich will dich auch. Will ich aber am meisten, oder? Nein. Daniel. Opfer. Opfer. Okay, gut. Also Vertrauensfest. Mitmachen. Welches ist meine Lieblingsfarbe? Grün. Blau. Über Daniel wusste es. Das war mein Selbstwertgefühl total oben. Wer steht zu Kryptex? Grün. Ey, Kryptex. Ja, ja. Ich hab grad im TS geguckt. Wer steht? Ja, ja. Wo bist du? Ich bin am Leuchtturm. Ich bin grad aus dem Keller gegangen. Ich hab aber nur... Okay, Kryptex. Guck mal. Guck mal. Ja. So, wir schauen jetzt erstmal was nach. So, findest du, dass ich wie ein Schwerger aussehe? Ja. Mit dem Maul. Ich hab dich mit der Hand geschlagen. Also, das ist kein Argument. Das ist kein Argument. Neu. Hey. Hecker. Ich bin manchmal Aufbiet. Ich bin chill. Ich bin kein Bull. Ich bin kein Bull. Ich bin kein Bull, Clint. Gibt es sogar zu. Aber irgendjemand schießt da. Ich kann dir dann nachher erst... Ich wurde abgeschossen. Schon wieder. Von irgendjemandem. Der hat sich hinten verkämmt. Umnick. Nein. Doch. Nein. Du hast auf uns geschossen. Nein. Hä? Ja. Doch. Doch. Daniel ist safe. Nein. Hilf mir nicht mehr. Du hast aber alle getötet. Ey, kommt nix? Ich wollte abgeschossen. Ja. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Daniel, geh weg. Daniel, geh weg. Daniel, geh weg. Krippels. Krippels. Cyppels. Krippels. Krippels, der hat mich angegriffen. Bis zum nächsten Mal.